In zünftiger Umgebung servieren wir Ihnen in unserem Gasthaus regionale und urtypische Südtiroler Küche. Ob herzhaft oder deftig oder leicht und frisch. Ob Hauptgericht, Vorspeise, Salats oder Dessert. Das Gasthaus Adler bietet Ihnen eine große Auswahl an Köstlichkeiten. Die Vielfalt der Südtiroler Küche wird auch Sie begeistern. Um Ihnen den Geschmack der Küche Südtirols originalgetreu weitergeben zu können, beziehen wir unsere Produkte wie Speck, Wein und Kaminwurzen direkt aus Südtirol. Lassen auch Sie sich vom Geschmack der Südtiroler Küche begeistern. Tanja Schmid und ihr Team lädt Sie ein, Ihre Feste, Geburtstage und Jubiläen im Gasthaus Adler zu feiern. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen Musikanten aus der Region. Wir haben Platz im Gastzimmer für 45 Personen, im Speckstüble für 25 Personen, im Gewölbe Winzerstüble für 40 Personen. Unser uriger Biergarten unter Kastanienbäumen mit integrierter Weinlaube bietet Platz für 200 Personen. Umgeben von den Naturschönheiten Holzheims finden Sie hier den idealen Ort zum Rasten und Entspannen. Für jeden Geschmack und für jeden Anlass haben wir das passende Gericht, auch vegetarisch. Erleben Sie im Gasthaus Adler einen unvergesslichen Abend bei gastlicher Stimmung, köstlichen Speisen und feinsten Südtiroler Weine. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.